Die guten Kontakte von Andreas Legert vom Afflenzer Sublime machten es möglich, dass man das Sublime-Festival auch heuer hochkarätig bezeichnen kann. Das Sommerfestival für alternative Musik auf der Bruker Murinsel wartete mit internationalen Bands auf. Molotov zum Beispiel, die mexikanischen Musiker holten bereits zweimal Grammy Awards. Dazu kamen noch Mien Papalin aus Großbritannien und Blastrup aus Island. Mit teils persönlichen Kontakten holte sich Legert die Bands nach Bruk an der Mur zu diesem Festival. Entstanden ist das Festival aus YouStage heraus, die Bands aus der Region präsentierte. Das wollte man beibehalten, deshalb spielten auch die Nachwuchsbands Crashing Satellites und Brunk. Es gibt ja nichts weit und breit in dieser Art, meinte zum Beispiel die Bruker Jugendbeauftragte Copaunik. Deshalb wird das Festival auch in Zukunft in Bruk an der Mur stattfinden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020